Die Lieblingshütte in der Frau ist jetzt Null-Bohnsicht, Null! Ja hallo liebe Leute, ich bin zu eurer Drehgummi, heute wieder auf Abwägen, im Skikebiet unterwegs Mit dabei ist heute der Stefan, ehrlich sind wir noch die Kreditlandrunde gefahren, jetzt fahren wir die Salzburger Sportweltrunde Schauen wir mal, ob wir die 12px machen oder nicht, glaube ich auch nicht, aber wir sind gerade am Weg nach oben mit einem hohen 8er Im Snow's Bay ist Flachauberg rein und da werden wir es uns heute geben Also wir fahren jetzt mal rauf und dann fahren wir mal die ersten Pisten runter, das schaut ja schon mal herrlich aus, ein Wahnsinn! Geil! Das wird genial! Also, wir fahren rauf, bis gleich! Was? Was glaubst du, wenn du in 4K filmst, was du da weitergeht? Kann ich nicht rennen lassen die ganze Zeit Das ist jetzt wieder weg! Was ist weg? Der Wind! Nur da oben, was zu exponiert ist! Aber geht auch schön! Das ist übrigens die Hütte, die liegt mir auch da oben! Das ist die Hütte, die ich gemeint hab! Okay! Na gut, dann film ich die mal, oder? Ja! Weil wir was auf dem Video drauf haben! Schreie dich auch! Ja! Yo, haben wir gewechselt. Nicht wundern, ich habe jetzt einen neuen Helm. Nein, ich habe Stefan jetzt meinen Helm gegeben. Und jetzt fährt er mir mal ein bisschen nach. Schauen wir mal. Gut, wird er nachgekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 . tiene . . . . . . Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Musik Wuhu Ey, sie hat nichts Ich hab null Bodensicht, null Scheiße Ein Traum, aber die Pisten ist ein Traum Das ist geil, oder? Perfekt Ja Musik 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 Ich glaube nicht, dass es uns heute früh da wischen wird mit den Leuten Ich glaube, dass das heute träglich sein wird Musik 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 Yee-haw! Yee-haw! Eeehaw! 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 4 Kicks 4 Kicks 9 Kicks druggent pp 10 K Tribute So Leute, machen wir wieder eine kleine Hans-Knaus-Session. Füße ich mir selber. Puh, steiler Hang, wenn ich die Alten kreis, dann kreis das wieder. Puh, nicht der ideale Hang. Eila, das ist für Mist. Oh, mit Knaus, da stecken wir noch nicht. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir Mito gegessen, wir sind jetzt gerade in der Auroform, das ist zwar nicht so voll, aber Lieblingshütte der Bau, da ist langsam viel zu sein. Wir haben gerade gegessen und jetzt werden wir uns dann wieder am Weg machen, wir wollen ja schließlich ein paar Tiefenmitte zusammenbrechen. Also, bis gleich. Okay. 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 Woo, yeah. Wah! This guy's a little bit. Das war's. Oh mein Gott. Abbie, abbie. Abbie, abbie. Abbie, abbie. Abbie, abbie. Abbie, abbie. Woh! Dora! Ah, das ist ein geiler Hangar. Ah, das ist ein geiler. Ja, liebe Leute, wir machen jetzt die letzte Liftfahrt drauf. Wir sind komplett alle, jetzt ist schon 4 Uhr irgendwas, wie seht ihr ein, schönes Wetter. Ich hoffe, das Video gefällt euch, wenn ja, bitte, nicht vergessen, Like da lassen, Kommentar schreiben, Kanal abonnieren, das wäre super. Stäpfel, wie hat es dir gefallen? Sehr schön. Leider haben wir nicht nach Kleinall und flacher Winkel fahren können, weil zu viel Wind war und das ein Panoramaling zu haben, aber was so ist. Gut, also dann, bis zum nächsten Mal, euer Dregomir. Bis zum nächsten Mal.